Hallo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen YouTube Video. Seit langen gibt es jetzt mal wieder ein neues YouTube Video. Kurz zu Anfang von diesem Video gibt es ein bisschen Werbung für Fullsend Optics, meinen neuen Sponsor. Vielleicht haben es ein paar schon auf Instagram mitbekommen, denn ich arbeite jetzt mit Fullsend Optics zusammen. Die machen diese sexy Fahrrad oder insgesamt Sportbrillen. Und zwar durfte ich mir bei Fullsend Optics eine Brille aussuchen. Ich habe dann diese Brille hier gewählt. Ich weiß nicht wie ihr die findet, aber ich finde die richtig sexy. Die gibt es auch noch oben in weiß und mit blauen Gläsern. Also man kann da echt mal bei Fullsend Optics.com einfach mal auf der Website vorbeischauen. Und dann kann man sich da so ein bisschen so eine Brille zusammenstellen. Ich finde die Brillen richtig nice. Auch von der Qualität her sind sie richtig gut. Gerade wenn so gutes warmes Wetter ist, dann wird man nicht so von der Sonne geblendet. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal Fullsend Optics.com auschecken oder auf Instagram Fullsend Optics. Auch noch ganz cool bei Fullsend Optics finde, ist dass sie so ein bisschen auf die Umwelt achten. Zum Beispiel beim Paket benutzen sie für das Paket innen so Stroh statt so Plastikkugeln oder wie man das nennt. Man bekommt außerdem noch ein extra neutrales Glas, ein paar Sticker. Ich habe jetzt hier noch einen und einen habe ich noch auf dem Helm. Dann da, wo man die Brille reinpacken kann. Da in dem Ding ist dann einmal nochmal so, wo man die Brille direkt reinpackt, dass sie ohne Kratzer ist. Und einmal so ein Brillenputztuch. Keine Ahnung, ich habe davon eher als Brillenträger tausend Stück. Aber hier steht einfach einmal Fullsend Optics drauf und deswegen finde ich das ganz geil. Jetzt geht es los mit dem Video. Ich hatte letztens zwei Videos vorproduziert. Die waren beide auf dem MacBook in Final Cut komplett fertig geschnitten. Und letztens, als ich dann Final Cut ein bisschen ausgemistet habe, habe ich es irgendwie geschafft, meine ganze Videomaterial zu löschen und dann war alles weg und das habe ich dann ein bisschen abgefuckt. Sonst wären jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal zwei Videos gekommen. Aber jetzt versuche ich, da ich Sommerferien habe, richtig durchzustarten mit Videos. Viel Spaß! Es war! Ich werde noch mehr das Bild her. Ich werde noch mal wieder raus, ich weiß, dass ich in meinem Raum. Ich habe das Gäste gut! Es war jetzt in die Wurzeln und Anfänger! Einmal noch gerade mal wieder raus. Ich habe es nicht in die Esau, die ist so ein Gericht. Es war noch so ein Gericht. Ich hab ihn nicht in die Mik state. Ich habe ihn so gehört, es war total aus dem kleinen Euer Zinz. Aber ich habe ihn so gehört. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt, let's go. So, das Treppengap, Pulse 10. So, let's go. So, let's go. So, let's go. So, jetzt zieh ich jetzt auch noch mal kurz runter. Aber da war noch ein kleiner Crankflip. Boah, ich bin fast ein Stück weit. Nochmal. So, noch mal. So, ich bin fast. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich versuche jetzt meinen eigenen No-Hand-Wheelie-Rekord zu brechen Ah, noch mal Ah, noch mal Er muss dich nicht kennen, du musst ihn dafür kennen Ja, ein bisschen hier rumfahren, ich hab dir geschrieben Ich war gerade beim Kiosk Almi, der ist vom Marschnellcenter in Ludwigsburg Die Leute, die aus Ludwigsburg oder aus der Umgebung kommen, wissen wahrscheinlich, wo genau der ist Man findet ihn aber auch auf Google Maps Und dort war ich gerade, das ist ein echt cooler Typ Hat einen geilen Laden Und wenn man mal hier in Ludwigsburg ist, kann man sich da auf jeden Fall ein kaltes Getränk gönnen Und dann Bei mir hat sich gerade die GoPro einfach ohne Grund aufgehangen und 5 Minuten nicht gefilmt Das ist natürlich perfekt Kleiner One-Hand Greedie Oh ja! 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 Bis zum nächsten Mal.